Ja, hier geht die Party richtig los in Dresden. Wir kommen jetzt zu unserer Startnummer 11. Ja, diese Künstlerin ist keine hoffnungsvolle Newcomerin mehr, denn sie hat ja ihre Kunst richtig von der Pike auf gelernt. Sie hat Schauspiel, Tanz und Gesang studiert und mit flirrenden Sounds und kompromisslosen groovigen Titeln veröffentlichte sie im letzten Jahr ihr aktuelles Album Elektrisches Fieber. Und was viele nicht wissen, sie ist schon seit zwölf Jahren weltweit unterwegs mit ihrer Musik. Heute begrüßen wir sie hier zu unserem Music Match in Dresden. Hier ist für euch Julia Reich mit Kopfkino. Wieder eine dieser Nächte, die Sehnsucht groß wie nie. Und alles, was ich habe, ist meine Fantasie. Ich kann die halbe Nacht nicht schlafen, doch plötzlich um halb vier Kommt völlig unerwartet diese SMS von dir Lass uns ins Kopfkino gehen, zeitvoller Fantasie Es gibt so viel zu sehen und die Lust fühlt Regie Lass uns ins Kopfkino gehen, was ist denn schon dabei? Ein Film gemeinsam drehen, voller Leidenschaft und bestimmt nicht jugendfrei Deine Worte sind wie Feuer, so heiß und doch vertraut Die Vernunft überlässt das Steuer, dem Präkeln auf meiner Haut Du entfühlst mich in fremde Welten, die man allzu oft versäumt Da wo keine Regeln gelten und man sich in den Himmel träumt Lass uns ins Kopfkino gehen, zeitvoller Fantasie Es gibt so viel zu sehen und die Lust fühlt Regie Lass uns ins Kopfkino gehen, was ist denn schon dabei? Ein Film gemeinsam drehen, voller Leidenschaft und bestimmt nicht jugendfrei Nichts und niemand hält uns heute auf Wir beide haben lang noch nicht genug Ich lass mich fallen und hör zu denken auf Die Spannung steigt mit jedem Atem zu Lass uns ins Kopfkino gehen Aus Wien ist sie nach Dresden gekommen Und sie hat die Startnummer 11 Julia Reich mit deinem aktuellen Song Kopfkino Schön, dass du da bist Schön, dass ich da sein darf Fein Und sie hat mir schon verraten hinter der Bühne Sie schreibt einen Großteil ihrer Songs mit einem Produzenten- und Autorteam selber Erzähl uns kurz was dazu Genauso ist es als Künstlerin natürlich wichtig, dass ich meinen Senf dazugebe Wie man bei uns sagt Dass das nicht nur fremde Songs sind, die mir jemand anderer überstülpt Sondern ich bin da selber mit dabei Wir sind ein Team und da werden Ideen gesammelt und die Besten werden verwendet Das finde ich auch gut, weil viele Songs, die du selber schreibst Sind ja wie auf den Leib geschneidert und auch emotional echt nach dir verpackt So sag ich es mal Und das merkt man auch in einem Song Und wir wünschen dir viel, viel, viel Glück Und ich freue mich vielleicht, wenn ich dich wiedersehen darf Mit der Startnummer 11 Julia Reich und ihr Song Kopfkino Julia Reich und ihr Song Kopfkino Untertitelung des ZDF, 2020